In dem folgenden Video möchte ich euch etwas vorstellen, wie man in Excel ein relativ einfaches Handelssystem aufbaut. Mir geht es hierbei mehr um die reine Excel-Funktion, als dass ich sage, hey, das wird das super Handelssystem, mit dem kann man sich zur Rente setzen und in den Ruhestand gehen. Darum geht es nicht, sondern mir geht es mehr darum, euch zu zeigen, wie das einfach in Excel funktioniert. Nichtsdestotrotz die grundlegende Idee mal hier an einem Guidance-Chart vorgestellt. Hier ist der DAX der letzten zehn Jahre dargestellt und das mit einem EMA, in dem Fall einem EMA 100. Und die ganz einfache Handelsidee soll einfach folgende sein. Wenn der Kurs unter dem EMA ist, wollen wir einfach Short sein. Das heißt, ab hier würde man Short einsteigen. Hier müsste man jetzt genau gucken, wo der Tagesschlusskurs war. Man hätte die Strecke bis hierhin mitgenommen, wäre auf Long eingestiegen, hier wieder ausgestiegen, vielleicht kurz Short gegangen, dann wieder Long und so weiter. Hier bis dahin, in einer solchen Seitwärtsphase, würden wir mehrmals wechseln, wieder länger auf Long gehen und dergleichen. Das ist einfach die grundlegende Idee. Wir wollen den EMA nutzen, um langfristige Trends einfach mitzunehmen. Okay, erste Aufgabe ist natürlich jetzt zunächst mal, wir brauchen Kurse. Und diese Kurse werden wir uns einfach bei Yahoo in dem Fall mal besorgen. Und das geht einfach auch dort. Wir gehen da auf Finanzen, Kurse, Indizes, noch mal, jetzt haben wir es, da auf DAX. Wir wollen historische Kurse haben. Wir wollen einfach, was die gesamte Historie nehmen, die wir hier haben. Und das Ganze dann nachher in Excel weiterverwenden. Hier haben wir jetzt erstmal eine Textdatei mit den Kursen. Das Ganze speichern wir ab. Und fangen dann an der Stelle an, indem wir das Ganze hier mit LibreOffice in dem Fall öffnen. Machen wir dann einen Textimport, weil eigentlich ist es eine Textdatei und keine Tabellendatei. In den englischen Einstellungen wird es wieder funktionieren, dass wir die Punkte zu Kommata machen und dergleichen. Und wir schauen uns das mal an, ob das vernünftig aussieht. Das sieht auf den ersten Blick gut aus. Alle Zahlen und auch das Datum ist rechtsbündig. Hier gibt es noch ein Volumen. Das werde ich einfach schlicht und ergreifend löschen. Bei Yahoo ist es so, die reden wir vom sogenannten adjustierten Close, was auch immer das ganz genau ist, soll mich jetzt auch nicht weiterhin interessieren, sondern wir wollen eh nachher alles auf Basis der Close-Kurse machen. Startung wird auch richtig interpretiert. Der einzige Schönheitsfehler, hier ist es jetzt so, dass der jüngste Tag oben ist. Das Ganze wollen wir einfach eben umdrehen. Das heißt, wir markieren das Ganze, sortieren es und werden es dann aufsteigend als Datum. Und jetzt ist auch der jüngste Tag ganz unten. Soweit sieht das erstmal vernünftig aus. Ich mache mir nochmal oben ein paar leere Zeilen rein. Und zur Kontrolle plotte ich das mal eben auf, um zu gucken, ob einfach der Kursverlauf vernünftig aussieht. Ob da jetzt alles aussieht, so wie wir es auch ungefähr kennen. Aber da kann man jetzt schon erahnen, das sieht eigentlich soweit gut aus. Das ist der Kurs jetzt seit gut 20 Jahren. Und wir wollen jetzt keine Chartbesprechung machen. Von daher gehe ich mal nicht auf den Kursverlauf hier weiter ein. Im Guidance Chart hatte ich gerade ein EMA. Also müssen wir jetzt noch gucken, wie ist EMA genau definiert, um ihn auch hier dann entsprechend mit Formeln zu implementieren. Dazu gucken wir einfach mal eben im Internet nach. EMA berechnen. Und ich hatte jetzt hier schon mal geschaut. Einfach, ich gehe auf die Trade Signal Online Seite und finde da auch nochmal die Definition, wie der EMA berechnet wird. Ihr könnt das mal nachher genauer durchlesen. Das Ganze ist relativ einfach. Man nimmt den Close-Kurs des aktuellen Tages, subtrahiert dann den EMA-Wert vom Vortag. Das Ganze wird dann multipliziert mit einem, nennen wir es mal, Gewichtungsfaktor, der sich so berechnet. 2 durch Periodenanzahl plus 1. Also eine EMA 100 wäre dann so etwas wie 2 durch 101. Und das Ganze addiert man dann auf den EMA vom Vortag. Das Ganze machen wir dann auch hier dann mal direkt. Wir brauchen einen Startwert für den EMA. Dann nehmen wir einfach die erste Zahl, die wir überhaupt haben. Dann brauchen wir nachher noch so einen EMA-Wert. Zum Beispiel, ich möchte ja den EMA 100 berechnen. Und jetzt brauchen wir hier diese Formel abgebildet, so wie sie auch gerade bei Trade Signal Online stand. Und was stand da im Wesentlichen? Man nehme den aktuellen Tag-Schlusskurs, subtrahiert den EMA des Vortages, multipliziert das Ganze dann mit diesem Gewichtungsfaktor. 2 durch, Klammer auf, der EMA-Wert plus 1. Da brauchen wir eine Klammer zu. Und noch eine Klammer zu. Die Wahrheit ist eigentlich redundant. Das macht jetzt aber nichts. Und addieren den Vortageswert dazu. Das sieht so weit vernünftig aus. Und das Ganze ziehen wir jetzt hier bis nach unten an die Tabelle dran. Und dann haben wir auch hier die Werte. Jetzt gibt es hier irgendwie ein Problem. Man erkennt das auch schon sofort. Hier geht irgendetwas schief. Was geht schief? Natürlich, ich musste diesen Bezug auf diese Zelle hier natürlich absolut setzen, weil sonst wird die Zelle einfach mit nach unten gezogen. Aus dem H7 wird dann eine H8 und dergleichen. Und das geht ganz einfach dadurch, indem man hier ein Dollarzeichen vorsetzt. Weil wenn man das jetzt einen nach unten kopiert, bleibt es immer die H7. Und es wird nicht automatisch mitgezogen. Also müssen wir das jetzt nach unten kopieren. Und wir haben dann auch den DMA-Wert hier jetzt richtig wiedergegeben. Wir können den mal versuchen, schnell noch hier mit einzuzeichnen in das Excel-Sheet. Dann haben wir noch eine Art kleine Kontrolle. Wir wollen noch eine weitere Spalte dazu haben. Die X-Werte hat er schon richtig. Die Y-Werte packen wir jetzt noch dazu. Das sind ja jetzt hier Werte aus der Spalte H. Und jetzt haben wir hier auch unseren EMA mit eingezeichnet. Wir können das mal ein bisschen kontrollieren. Wir machen den mal ein bisschen langsamer, den EMA-Wert. Dann sehen wir schön, wie er sich vom Kurs abhebt. Und wir auch schon ungefähr das Ganze so darstellen, wie wir es wollten. Gehen wir mal hier auf was ganz Großes. Dann haben wir jetzt noch Träger. Und so ähnlich wollen wir das ja auch haben. Jetzt wollen wir ja gucken, ob man damit bereits etwas machen kann, was wie ein Handelssystem funktioniert. Das heißt, ich möchte eigentlich jetzt hier sagen, ob ich gerade Short oder Long investiert sein möchte. Und ich habe ja vorhin gezeigt, jetzt möchte ich davon abhängig machen, ob mein Close-Kurs über oder unter der EMA liegen liegt. Machen wir uns mal hier so einen Merker, Call-Put. Und ich möchte das einfach so gestalten, dass ich hier eine 1 hinschreibe, wenn der Kurs über dem EMA ist, wenn der Kurs über dem EMA ist und eine minus 1 dahin schreiben, wenn der Kurs unter dem EMA ist. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Wenn- oder eine If-Bedingung und wir gucken jetzt, liegt der Kurs, ist der größer oder gleich dem EMA. Wenn das der Fall ist, möchte ich hier eine 1 haben. Wenn das genau nicht der Fall ist, also dann ist der Kurs kleiner, soll da eine minus 1 hinschreibe. In meinem Fall ist es jetzt hier gerade diese Gleichheitsbedingung, die wird wahrscheinlich ansonsten nicht mehr hier auftreten und dann steht hier die 1. Das Ganze wollen wir jetzt bis hier nach unten haben. Das kopieren wir also hier hin. Gucken wir es mal hier unten. Im Moment wären wir also die ganze Zeit long investiert. Man sieht hier überall 1 stehen und das ist dann, weil wir auch im Moment ja nun mal in einem intakten Aufwärtstrend sind. Deswegen stehen da jeweils die 1. Jetzt wollen wir natürlich gucken, was kann man an Punkten damit verdienen. Ich mache es jetzt einfach in DAX-Punkten und nichts anderes. Nicht in Prozenten, nicht in Ers, sondern einfach in DAX-Punkten. Und was ich also jetzt hier machen möchte, ist, ich möchte den Gewinn und den Verlust darstellen. Das geht jetzt sehr einfach, weil wir gehen einfach hin, wir nehmen uns den aktuellen Schlusskurs, ziehen den Schlusskurs des Vortages davon ab. Das ist ja jetzt die Differenz, die von gestern nach heute passiert ist. In dem Fall eine Abwärtsbewegung von rund 30 Punkten. Und jetzt geht es darum, wie bin ich investiert? Investiert bin ich nicht short, sondern ich bin long investiert. Ich muss jetzt hier, das ist ganz wichtig, auf den Vortag gucken, weil sonst fange ich an, in meinem Handelssystem die Zukunft immer schon gleich mit einzubauen. Das heißt, ich darf jetzt hier nicht mal minus 1 nehmen, also diese Zelle, sondern ich muss die Zelle vom Vortag nehmen. Das ist ganz wichtig, weil man sich hier sonst sehr schnell belügt. Ich kann ja erst am Ende des aktuellen Tages entscheiden, wie will ich ab jetzt investiert sein. Deswegen muss ich also hier multiplizieren mit dieser Zelle, um mein Ergebnis zu haben. Mit anderen Worten, an diesem ersten Tag haben wir 27,9 Punkte minus gezählt. Das Ganze können wir jetzt wieder hier bis nach unten durchziehen. Und ihr seht auch sofort, warum ich hier auf die zweite Zelle gegangen bin und nicht hier, weil ich ja gar nicht weiß, wie es vom Vortag her war. Hier stehen jetzt also meine Gewinne und Verluste des aktuellen Tages. Und das Ganze möchte ich natürlich jetzt hier auch nochmal summieren. Und das heißt, ich nehme einfach die Summe in der Form. Das heißt, ich nehme den vom Vortag und addiere den aktuellen da drauf. Das heißt, so bekomme ich jetzt hier komplett meine Gewinn- und Verlustrechnung. Und dann gucken wir uns auch das mal eben schnell an als Chart. Und dann sehen wir, wie viele Punkte, ich will das gar nicht Euro nennen, man in dieser Art und Weise verdienen kann. Und dann sehen wir hier eine durchaus gar nicht mal so schlechte Equity-Kurve. Ich lege die mal hier ein bisschen so drüber. Wir sehen erstmal, die ersten Jahre passiert eigentlich mehr oder weniger ein gar nichts. Dann oszilliert es hin und her. Und wir kriegen hier schon eine aufsteigende Equity-Kurve. Das Schöne ist allerdings jetzt, wir können sehr leicht mal gucken, wie variiert das eigentlich, wenn ich mit dem EMA spiele. Das heißt, ich mache den mal hier ein bisschen kleiner und dann sehe ich, welchen Einfluss hat das auf die Equity-Kurve. Hier hinten wird es etwas sauberer, linearer. Hier haben wir mal einen Abfall. Und so kann ich jetzt, indem ich den EMA-Wert verändere, verschiedene Equity-Kurven generieren und durchaus sagen, Na, so gefällt es mir schon besser. Gucken wir uns das mal an, was passiert, wenn der noch kleiner wird. Dann sehen wir, es gab zwar in der Vergangenheit auch gute Phasen dafür, aber aktuell würde es deutlich nach unten gehen mit der Equity-Kurve. Ich bleibe mal im Moment bei den 200, einfach nur, um zu zeigen, was möglich ist. Also das habe ich jetzt hier gemacht. Ich habe auf Basis der historischen Kurse einen EMA-Wert ganz leicht überprüft, kann man so vielleicht ein erstes kleines Handelssystem aufbauen, um auch noch mit einem positiven Erwartungswert herauszugehen. Die Antwort hier ist Ja, aber ihr merkt schon, ich benutze sofort gerne das Aber dahinter. Wir haben jetzt viele Sachen noch nicht gemacht. Wir haben keinen Spread berücksichtigt. Wir haben keine Finanzierungskosten berücksichtigt. All diese Dinge sind hier jetzt erstmal nicht drin. Wir sind auch ganz brutal vorgegangen. Das heißt, wir haben genau in der Vergangenheit auch so getan, dass immer ein Punkt ein Euro ist. Das ist zwar sicherlich der Fall gewesen, aber wahrscheinlich waren die Spreads hier anders, als sie hier heute sind. Andere Feinheiten, so schön diese Equity-Kurve vielleicht auch im ersten Blick aussieht, man muss sich das mal genauer überlegen, was passiert wäre, wenn man in dieses System genau 2009 eingestiegen wäre. Dann wäre man jetzt erstmal weit nach unten gelaufen, wieder nach oben gelaufen. Und wir werden ungefähr wieder da, wo wir herkommen. Das heißt, wir werden jetzt vier Jahre vergangen und wir hätten mehr oder weniger gar nichts verdient. Nichtsdestotrotz kann man auf diese Art und Weise relativ einfach etwas gestalten. Und nur indem wir hier den EMA nachbilden im Excel und einen einfachen Ein- und Ausstieg generieren, genau genommen steigen wir hier nie aus, sondern wir wechseln ja immer nur unsere Position, wir sind immer investiert, entweder long oder short, können wir gucken, wie viele Punkte man damit in Summe bekommt. Das soll ein erster kleiner Schritt sein und ich werde sicherlich auch noch weitere Videos mal dazu machen, was jetzt dann als nächstes hieraus geschehen kann. Zum einen muss man mal analysieren, was generiert hier, also wann entstehen hier eher die Gewinne? Ist es vielleicht sinnvoll, noch einen zweiten Filter einzubauen? Sollten wir vielleicht nicht immer investiert sein? Alles Fragestellungen, die man aber auch dann wieder in Excel beantworten kann. Aber das ist dann einen nächsten Schritt vorbehalten und ich schaue mal, was wir da dann als nächstes machen können. Okay, ansonsten noch einen schönen Tag online.